Wachmann überlebt Bärenangriff in Hotelküche. In einem Urlaubsressort verirrt sich dieser Bär am späten Abend in die Küche. Ganz entspannt schaut er sich um. Doch die Sicherheitssysteme schlagen Alarm und ein Wachmann soll nach dem Rechten sehen. Doch als er auf den Bären trifft, der sich in einem anderen Bereich der Großküche aufhält, greift das Tier an. Die starken Kranken treffen auf den Rücken des Wachmannes und dieser stürzt sofort zu Boden. Der Security-Mitarbeiter kommt zunächst mit Rückenverletzungen in ein Krankenhaus, wird aber schnell wieder entlassen. Der Bär konnte anhand der erst jetzt veröffentlichten Videoaufnahmen identifiziert werden. Weil er nach Ansicht der Behörden eine Gefahr für die Bevölkerung darstellt, wurde er eingeschläfert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017